Was für eine schöne Überraschung. Gegen Ende jedes Jahres wird nicht bloß gespannt aufs Christkind gewartet, sondern auch auf die neue Staffel von Let's Dance. Die gibt es allerdings erst im Frühling. Die Wartezeit soll für die Fans nun in beiden Fällen versüßt werden. Denn in einem festlichen Weihnachtsspezial soll dieses Jahr bei Let's Dance in die Feiertage getanzt werden. RTL hat verkündet, dass es in diesem Jahr am 23. Dezember eine Let's Dance Weihnachtsshow geben soll. Neben den altbekannten Juroren Muzi Mabuse, 41, Jorge González, 55, und Joachim Jambi, 58, kehren für das Special auch einige Tanzprofis mit ihren prominenten Schützlingen zurück. Um den Titel, Christmas Dancing Star, werden kämpfen, Rurik Gislason, 34, mit Malika Chumef, Lili Paul Roncalli, 24, mit Massimo Sinato, 41, René Kesseli, 26, mit Katrin Menzinger, 34. Janin Ullmann, 40, mit Zolt Sandor Tschecke, 34, und Matthias Mester, 36, mit Renata Lusin, 35. Außerdem werden Ekaterina Leonowa, 35, und Bastian Bielendorfer, 38, mit dabei sein. Die machen allerdings nicht bloß außer Konkurrenz die Tanzfläche unsicher, sondern werden auch Daniel Hartwig, 44, und Viktoria Swarovski, 29, in ihrer Moderation unterstützen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020